Wie viel musste dieses Volk leiden, um so schön werden zu können? Friedrich Nietzsche schreibt diesen Satz am Ende seines ersten großen Werkes, Die Geburt der Tragödie. Konkret gemeint ist das Volk der Griechen. Angesprochen aber auch schon das Thema, das Nietzsche während seines ganzen Lebens beschäftigte. Die tragische Dimension der Welt und des menschlichen Schicksals überhaupt. Gipfel und Abgrund des Menschseins sind unauflöslich miteinander verkettet. Das Schöne ist ohne das Schreckliche nicht zu haben. Und das Leid überwiegt, unausweichlich. Aber es wird gerechtfertigt durch die Momente des Schönen, die daraus erwachsen können. Nietzsche fordert deshalb, sich diesem Schicksal mutig zu stellen und auch den tiefsten Schmerz heroisch auszuhalten. Sein Held ist der starke Mensch, der das Leid annimmt, sich aber nicht niederdrücken lässt, sondern daraus zusätzliche Lebensenergie schöpft und sozusagen lustvoll über dem Abgrund tanzt. Nietzsche wusste, dass er selbst nicht diesem Bild entsprach. Was ich nicht bin, das ist mir gottuntobend. So Nietzsche schon als Jugendlicher, im Bewusstsein der eigenen Ängstlichkeit und körperlichen Schwäche. In dieser Diskrepanz zwischen dem Ideal und der eigenen Realität lag eine persönliche Tragik Nietzsches. Andererseits war es aber vermutlich gerade diese existenzielle Schwäche, die Nietzsche zum geistigen Kraftwerk machte und ihn zu seinen gedanklichen Höhenflügen anspornte. Viele von Nietzsches Aphorismen zählen zum schönsten, was die abendländische Kulturgeschichte zu bieten hat. Niemand konnte treffender als er knapp und pointiert eine tiefe Einsicht formulieren, einen Ratschlag oder auch nur eine spöttische Seitenbemerkung. Wer sich selbst erniedrigt, will erhöht werden. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen. An die dumme Stirne gehört als Argument von rechts wegen die geballte Faust. Das beste Mittel, jeden Tag gut zu beginnen, ist beim Erwachen daran zu denken, ob man nicht wenigstens einem Menschen an diesem Tag eine Freude machen könne. Aber auch in Nietzsches Werk ist das Schöne nicht ohne das Schreckliche zu haben. Nicht ohne Grund ist Nietzsche gleichermaßen berühmt wie berüchtigt. Vor allem die radikalen Forderungen seiner späten Werke, etwa nach einer gezielten Züchtung des Übermenschen und der Vernichtung alles Schwachen, lassen uns beim Lesen erschaudern. Auch das war Nietzsche bewusst. Ein Verhängnis nannte er sich selbst. Und Thomas Mann meinte, dies sei keine Übertreibung gewesen. Wer war dieser rätselhafte Mensch? Friedrich Nietzsche wurde am 15. Oktober 1844 in Röcken bei Leipzig geboren. Er studierte in Bonn und Leipzig klassische Philologie, also Sprachen und Kulturen des Altertums. Nietzsche fiel schon bald als besonders begabter Student auf. Schon vor Abschluss des Studiums erhielt er einen Ruf an die Universität Basel als Professor der klassischen Philologie. 1869, im Alter von gerade mal 24 Jahren, hielt er dort seine Antrittsvorlesung. Das für Nietzsches philosophische Entwicklung bedeutsamste Ereignis dieser Zeit war das sogenannte Schopenhauer-Erlebnis. Gemeint ist damit Nietzsches Entdeckung von Arthur Schopenhauers Hauptwerk »Die Welt als Wille und Vorstellung«. Schopenhauer hatte darin ein Weltbild entworfen, das von tiefem Pessimismus durchzogen war. Für Schopenhauer, der vom Buddhismus beeinflusst war, heißt Leben vor allem Leiden. Es wäre für den Menschen besser, gar nicht geboren zu sein. Nietzsche las das Werk in einem Zug und befand sich danach, wie er schreibt, eine ganze Zeit wie im Rausch. Schopenhauer hatte ihm eine philosophische Begründung und Erklärung geliefert für das eigene dunkle Lebensgefühl, das ihn seit seiner Kindheit belastete. In einer Welt, die so ist, wie Schopenhauer sie schildert, konnte man vernünftigerweise nur Pessimist sein. Schopenhauers Lehre bedeutete somit für Nietzsche auch eine persönliche Entlastung und Rechtfertigung. Damit war die Liebe zur Philosophie in den jungen Nietzsche eingepflanzt und auch schon das Fundament seines späteren Weltbilds. Nietzsche entfaltete seine Grundgedanken schon in der »Geburt der Tragödie«. Dort geht es vordergründig zwar philologisch um antike Kunst und archaisches Theater, im Kern aber bereits um Nietzsches philosophisches Hauptthema. Das Leben, und zwar unter dem Aspekt der Lebendigkeit, der Lebenskraft und Lebensfülle. Wir würden heute sagen der Vitalität. Nietzsche sieht hier zwei gegensätzliche Prinzipien am Werk, die er nach griechischen Gottheiten benennt. Das eine als das Dionysische, das andere als das Apollinische. Das Dionysische ist das ungezähmte, triebhafte, lebendige und wilde in der Natur. Es ist zerstörerisch, aber auch schöpferisch, etwa in Überschwemmungen oder Vulkanausbrüchen, die Leben töten, aber auch neue Fruchtbarkeit hervorbringen. Es ist schön und zugleich auch schrecklich, etwa in Gewittern und Orkanen oder in der kraftvollen Anmut, aber auch Unbarmherzigkeit eines Löwen. Das Dionysische ist somit der Grund allen Leids und aller Schrecken, die wir in der Welt antreffen. Zugleich aber auch die Quelle aller Lust und aller Schönheit. Dies gilt auch für das Dionysische in der Natur des Menschen, das sich in unseren Trieben und Leidenschaften äußert. Auch hier liegen, wie wir alle wissen, Lust und Leid eng beieinander. Entsprechend zwiespältig ist unser Verhältnis dazu. Einerseits spüren wir die Verlockung, den triebhaften Gelüsten in uns nachzugeben, andererseits fürchten wir den Kontrollverlust und die Abgründe, die sich darin auftun. Um sich vor solchen Abgründen des Dionysischen zu schützen, wählt der Mensch als Gegenprinzip das Apollinische. Es ist das Prinzip der vom Menschen geschaffenen Kultur und Zivilisation und steht für Disziplin, Klarheit und Ordnung. Damit soll das Dionysische im Zaum gehalten werden. Das ist Nietzsche zufolge der eigentliche Sinn und Zweck, den die Menschen Kultur und Zivilisation zugedacht haben. Einen Schutzwall zu bilden gegen das Dionysische außer uns und nicht zuletzt in uns. Dabei übertreiben die Menschen aber, vor allem aus Angst vor dem Schrecken des Dionysischen, aber auch aus prüden Bedenken gegen die Lust, die es verheißt. Durch moralische Vorschriften und Verbote versuchen sie, das Triebhafte und Natürliche sicherheitshalber völlig aus ihrem Zusammenleben zu verbannen und ersticken dadurch alle Lebendigkeit. Denn das Leben ist auf die Zufuhr an dionysischer Energie angewiesen, die es nun nicht mehr bekommt. Die Menschen gleichen hier sozusagen einem Gartenbesitzer, der die gesamte Fläche zubetonieren lässt, um zu verhindern, dass Unkraut wächst. Das gelingt dann zwar, aber es wächst auch sonst nichts mehr. Nietzsche plädiert für eine andere Lebenseinstellung, die er die dionysische Weisheit nennt. Kein ängstliches Ablocken des Dionysischen, sondern mutiges Aushalten. Im Interesse unserer eigenen Lebendigkeit sollen wir bereit sein, Leid, Grausamkeit und Ungerechtigkeit der Welt auf uns zu nehmen und dafür aber auch die sinnliche Lust, in vollen Zügen auszuleben und zu genießen. In der Geburt der Tragödie feiert Nietzsche dieses Ideal einer kraftvollen, vitalen dionysischen Weisheit. Denken wir uns eine heranwachsende Generation mit dieser Unerschrockenheit des Blicks, mit diesem heroischen Zug ins Ungeheure. Denken wir uns den kühnen Schritt dieser Drachentöter, die stolze Verwegenheit, mit der sie allen Schwächlichkeitsdoktrinen den Rücken kehren, um im Ganzen und Vollen resolut zu leben. Auch die dionysische Weisheit bedarf der Kultur. Aber dies muss eine Kultur sein, die das Lebendige nicht abtötet, sondern anzapft und fruchtbar macht. Ein Paradebeispiel für eine solche kulturelle Sublimierung und Steigerung dionysischer Lebensenergie sieht Nietzsche in der Musik Richard Wagners, mit dem er einige Jahre eng befreundet war. In Wagners dramatischen Opern, etwa dem Ring des Nibelungen, spüren die Menschen ihre dionysischen Wurzeln, unbändige Daseinsgier und Daseinslust, wie Nietzsche schreibt. Höchster Schmerz und höchste Lust zugleich. Nietzsche nennt dieses rauschhafte Musikerlebnis die Verzückungsspitze. Sie ist für ihn der Gipfel des Menschseins und damit die ästhetische Rechtfertigung der Welt. Die Welt, so wie sie ist, mit all dem Schrecklichen in ihr, macht Sinn, weil sie dieses Ungeheuer Schöne hervorbringen kann. Die Geburt der Tragödie, die im Januar 1872 veröffentlicht wurde, war eigentlich als Nietzsches philologisches Meisterstück gedacht. Stattdessen geriet sie zum Fiasko. Die Fachwelt ließ kein gutes Haar an dem Werk. Der Hauptgrund dafür war wohl, dass Nietzsche die Welt der Griechen anders interpretierte als die herrschende Lehrmeinung, nämlich nicht als heiter und verspielt, sondern als leidvoll und tragisch. Außerdem übte er indirekt, aber unmissverständlich Kritik am eigenen Fach. Dies missfiel den Kollegen. Nietzsche, eben noch als Zukunftshoffnung gefeiert, war als Philologe auf einen Schlag erledigt. Die Hörer liefen ihm davon. Im Sommersemester 1874 hatte er nur noch drei Studenten, die überdies, wie er festhielt, auch noch unfähig waren. Zum beruflichen Misserfolg kamen gesundheitliche Probleme. Nietzsche war schon als Kind häufig krank gewesen. Später hatte er sich mit Ruhe und Diphterie infiziert, deren Spätfolgen ihm lebenslang zu schaffen machten. Nun kam noch eine schwere Augenkrankheit hinzu. 1879 schließlich erfolgte ein regelrechter körperlicher Zusammenbruch. Nietzsche bat um seine Entlassung aus dem Universitätsdienst, die ihm auch gewährt wurde. Man bewilligte ihm auch eine Pension, die allerdings eher schmal ausfiel. Nietzsche war zu diesem Zeitpunkt 35 Jahre alt, gesundheitlich schwer angeschlagen und beruflich am Ende, zumindest im bürgerlichen Sinne. Bezeichnend das Urteil seiner Mutter. In ihren Augen, so berichtet der Nietzsche-Biograf Rüdiger Safransky, war ihr Sohn ein gescheiterter Professor, der immer noch keine Frau gefunden hatte und dem man Würste und Socken schicken musste. Nietzsche selbst empfand seine Existenz als fürchterliche Last. Was ihn aber aufrecht hielt, war die Möglichkeit, nun völlig frei zu denken, ohne alle Rücksichtnahme auf fachliche oder universitäre Verpflichtungen. Nietzsche wurde nun also freier Philosoph für den Rest seines aktiven, tätigen Lebens, das allerdings nicht mehr lange dauern sollte. Es blieben ihm nur noch neun Jahre, bis zu seinem endgültigen Zusammenbruch. Nietzsches Denken durchlief in dieser Zeit eine Zwischenphase, die etwa von 1875 bis 1881 dauerte. Sie verschaffte Nietzsche gleich drei weitere Etikette, nämlich als Philosoph des Skeptizismus, des Nihilismus und des Perspektivismus. Alle drei Denkrichtungen beruhen auf demselben Grundgedanken, nämlich objektive Wahrheit, also eine allgemeingültige richtige Erkenntnis, ist nicht möglich. Dies ist zunächst einmal die Haltung des Skeptizismus, der dadurch all das, wofür Wissenschaft und Philosophie stehen, prinzipiell in Frage stellt. Der Nihilismus meint dasselbe wie der Skeptizismus, aber in Bezug auf Werte und Moral. Also, es gibt keine objektiven Werte, kein allgemeingültiges Gut und Böse. Der Perspektivismus ist dann die Schlussfolgerung aus Skeptizismus und Nihilismus, nämlich, sowohl die Erkenntnis der Wahrheit als auch die der Werte erfolgt immer nur aus der Perspektive des jeweiligen Menschen und bedeutet nicht mehr als dessen individuelle Meinung. Nihil formuliert dies so, wir haben keinen Urtext, sondern nur Interpretationen. Nihil versteht denn auch Philosophie nicht als Wissenschaft, sondern als Kunst. Sie bringt keine ewigen Wahrheiten hervor, sondern bloß die subjektive, persönliche Meinung des jeweiligen Denkers. Seit seinem Abschied aus Basel lebte Nietzsche abwechselnd an verschiedenen Orten, immer in Hotels oder Gasthöfen und immer allein. Er brachte es nie zu einer Beziehung zu einer Frau, geschweige denn zu einer Ehe. Zwei Frauen machte er Heiratsanträge, die aber beide abschlägig beschieden wurden. Eine dieser Frauen war Lou Salomé. Nietzsche lernte sie 1882 in Rom kennen und verliebte sich in sie. Dabei ging er taktisch, aber eher ungeschickt zu Werke. Er brachte seinen Heiratsantrag nämlich nicht selbst vor, sondern über einen Freund, der seinerseits aber ebenfalls in Lou Salomé verliebt war. Deshalb steht zu vermuten, dass er Nietzsches Antrag nicht mit dem nötigen Engagement übermittelte. Jedenfalls wurde Nietzsche nicht erhört. Und das war auch das Ende des Kapitels Nietzsche und die Frauen. Abgesehen von einigen Aphorismen, die nicht immer freundlich ausfielen. Zum Beispiel Selten denkt das Frauenzimmer, denkt es aber, taugt es nichts. Nietzsche warf sich nun voll und ganz auf seine Arbeit. Seine Produktivität wurde immer rastloser, sein Leben zugleich immer einsamer und dunkler. Ein Jugendfreund schrieb nach einem Treffen im Jahre 1886 »Eine unbeschreibliche Atmosphäre der Fremdheit. Etwas, mir damals völlig Unheimliches umgab ihn. Als käme er aus einem Lande, wo sonst niemand wohnt.« Nietzsches Stimmungen schwankten nun immer heftiger zwischen Depression und Größenwahn, »Bis er schließlich Anfang 1889 in Turin einen Nervenzusammenbruch erlitt.« Er sah, wie ein Droschkenkutscher sein Pferd schlug, umarmte das Pferd und begann zu weinen. Ab da war er verwirrt. Die Diagnose lautete auf Paralyse, also fortgeschrittene Auflösung des Gehirns. Nietzsche kam zunächst in verschiedene Kliniken, später in die Obhut der Mutter und dann in die der Schwester. Sein Geist, einer der strahlendsten seiner Zeit, war erloschen. Die letzten zehn Jahre seines Lebens verbrachte Nietzsche in tiefer Umnachtung. Er starb am 25. August 1900. In den letzten Jahren seines philosophischen Schaffens war Nietzsche wieder zu seinem ursprünglichen großen Thema zurückgekehrt, also dem Leben. Im Zentrum seines Denkens standen nun allerdings zwei neue Begriffe, nämlich der Wille zur Macht und der Übermensch. Der Wille zur Macht enthält im Grunde das, wofür vorher das dionysische stand, also das ungezähmte, wilde, natürliche Leben. Hinzu kommt nun eine Tendenz zur Steigerung des Lebens. Nietzsche nennt den Willen zur Macht deshalb auch den Trieb zum Stärkerwerden. Stärkerwerden als andere, aber auch als man selbst, im Sinne von Selbstentwicklung und Selbstverbesserung. Den Sinn des Lebens sieht Nietzsche weiterhin in der Steigerung der Lebensintensität bis hin zur Verzückungsspitze. Aber der Weg dorthin ist nun ein anderer. Da die Steigerungstendenz im Willen zur Macht schon enthalten ist, braucht es den Umweg über die Kultur nicht mehr, sondern in diesem Modell macht es mehr Sinn, einfach nur dafür zu sorgen, dass der Wille zur Macht sich ungehindert entfalten kann. Dies ist die entscheidende Weichenstellung im späten Denken Nietzsches. Es geht nun nicht mehr darum, das Dionysische kulturell zu kanalisieren und in dieser Verfeinerung zu steigern, sondern das ungezähmt, wilde und grausame in der Natur und im Menschen soll ungefiltert zutage treten. Damit beginnt der Gedankengang, der Nietzsche berüchtigt machte. Um die ungehinderte Entfaltung des Lebens zu ermöglichen, müssen die Hindernisse beseitigt werden, die dem entgegenstehen. Dies sind für Nietzsche vor allem Moral und Religion. In diesem Zusammenhang fällt Nietzsches berühmtes Wort »Gott ist tot«. Damit ist gemeint, »Gott ist tot und mit ihm auch alle Werte, für die Gott und das Christentum stehen, etwa Demut, Gehorsam, Brüderlichkeit oder Gerechtigkeit. Denn diese Werte, so Nietzsche, sind falsch. Sie dienen nur dazu, den starken Menschen Fesseln anzulegen.« Erforderlich ist deshalb eine Umwertung aller Werte. Eine neue Moral soll entstehen, in der die Tugenden der Starken wieder in ihr Recht eingesetzt werden. Mut, Stolz, Härte, Kraft und Rücksichtslosigkeit. Nur dann nämlich kann das Leben seine urwüchsige Kraft voll entfalten. Dabei kann es durchaus ungemütlich werden. Nietzsche schreibt, »Leben ist wesentlich Verletzung, Überwältigung des Fremden und Schwächeren, Unterdrückung, Härte, Aufzwängung eigener Formen, Einverleibung und mindestens, mildestens Ausbeutung.« Dies bedeutet auch? »Ein Quantum Brutalität mehr ist nicht zu erlassen. So wenig als die Nachbarschaft zum Verbrechen. Man muss abenteuerlich auch zu sich selbst stehen, Versucherisch, Verderberisch. Nichts von Schön-Seelen-Sal-Baderei. Ich will einem robusteren Ideal Luft machen.« Nietzsches robusteres Ideal beinhaltet, »Dass die Starken sich durchsetzen und die Schwachen untergehen.« Dass dies ungerecht ist, gesteht Nietzsche unumwunden zu. Die Starken laden Schuld auf sich. Aber dies geschieht im Sinne des Lebens und ist notwendig. Es gehört zur unvermeidlichen Tragik menschlichen Daseins. Gerechtigkeit hat in der Natur und im Leben keinen Platz. Das Durchsetzen der Starken und der Untergang der Schwachen sind zunächst gesellschaftliche Entwicklungen, die dann aber auch biologische Konsequenzen haben, nämlich die evolutionäre Weiterentwicklung des Menschen zum Übermenschen. In Nietzsches Hauptwerk »Also sprach Zarathustra« heißt es dazu, »Ihr habt den Weg vom Wurme zum Menschen gemacht, und vieles in euch ist noch Wurm. Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Der Übermensch ist der Sinn der Erde.« Der Übermensch wird derjenige sein, der all das voll zur Blüte bringt, was der Mensch nur sein kann. Dies betrifft das Natürliche, Lebendige, auf das Nietzsche besonders viel Wert legt, aber nicht nur. Der Übermensch ist kein primitiver Körperling. Die Selbstentwicklung und Selbststeigerung, die im Willen zur Macht enthalten ist, schließt auch die geistigen Fähigkeiten mit ein und damit die Kultur. Nietzsche schreibt, »Der Übermensch spiele mit allem, was bisher heilig, gut, unberührbar, göttlich hieß. Das heißt, er kennt all dies, das Apollinische, die Moral, die Religion. Aber er nimmt es nur in Anspruch, wenn es ihm passt. Er lässt sich davon nicht mehr beherrschen, sondern herrscht selbst und spielt mit allem anderen, und zwar nach seinen Regeln. Er ist der souveräne Herr seiner selbst und seines Lebens. Insgesamt, so Nietzsche, verhält sich der Übermensch zum Menschen wie der jetzige Mensch zum Affen. In seinen letzten Schriften verschärft Nietzsche die Lehre vom Übermenschen noch weiter. Der Übermensch erscheint nun als die blonde Bestie, und Nietzsche spricht nicht mehr nur von einer evolutionären Entwicklung, sondern von gezielter Höherzüchtung. Dies beinhaltet auch die Vernichtung des Schwachen. In einem späten Werk mit dem bezeichnenden Titel »Der Antichrist« schreibt Nietzsche, »Die Schwachen und Missratten sollen zugrunde gehen. Erster Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen.« Und in »Der Genealogie der Moral«, einem weiteren Spätwerk, heißt es, »Die Menschheit als Masse dem Gedeihen einer einzelnen, stärkeren, Spezies Mensch geopfert. Das wäre ein Fortschritt.« Es dürfte wohl kaum jemanden geben, der diesen Sätzen zustimmt. Wir erschrecken, wenn wir sie hören, auch weil wir wissen, dass wenige Jahrzehnte nach Nietzsches Tod versucht wurde, sie in furchtbare Realität zu übersetzen. Dennoch sind Experimente auf geistig-sittlichem Gebiet, wie Nietzsche seine Überlegungen nannte, nicht erlaubt und sinnvoll, auch wenn sie in die Irre führen? Können wir nicht auch heute noch daraus Funken schlagen, sei es in kritischer Abgrenzung, als Mahnung zur Wachsamkeit gegenüber allen Züchtungsgedanken, etwa dem Klonen von Menschen, oder umgekehrt als Ermutigung, ohne Scheuklappen zu denken, etwa in der wissenschaftlichen Forschung? Nietzsches Denken war häufig politisch nicht korrekt, enthielt aber gerade deshalb einen Befreiungsimpuls gegen die geistige Enge seiner Zeit, aber auch gegen Denkverbote überhaupt. Sind die Gedanken nicht auch dann frei, wenn sie ungeheuerlich sind und keineswegs zur Verwirklichung freigegeben? Der französische Philosoph René Descartes sagte einmal, kein Gedanke könne so absurd sein, dass ihn ein Philosoph nicht schon gedacht hätte. Der tabulose Denkkünstler Nietzsche hätte dies als Kompliment empfunden.